Guten Morgen liebe Bewohner, es ist Mittwoch, der 7. April 1959 hier auf Nimmerland. Oh, heute haben mehrere unserer Bewohner Geburtstag und zwar Moritz und Edda. Herzlichen Glückwunsch. So, damit sind wir auch für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ja Leute, herzlich willkommen zum Animal Crossing Geburtstags-Special. Oh, Misuzu wartet schon zu mir ab. Bäckchen, du besisst, da war es eine ausgezeichnete Idee, hier auf dich zu warten. Wie dem auch sei, ich muss dich direkt entführen. Keine Zeit für Erklärung, die Zeit drängt. Oh mein Gott, Misuzu holt mich ab. Fuck, ich hasse Überraschungen, ich hasse Überraschungen. Wäre richtig lustig, wenn Edda jetzt auch hier wäre. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Happy Birthday! Oh Gott, seht ihr aus. Aber Edda, du bist ja auch hier. Ausgezeichnet. Wir alle haben eine Geburtstagsfeier für dich organisiert und du hast nichts davon gemerkt. Ein gelungener Überraschung, nicht wahr? Natürlich kann man Geburtstag nicht ohne Kuchen feiern. Also los, drücke einfach A, um deine Kerzen auszupusten und vergiss nicht, dir etwas zu wünschen. Oh. Okay, ich puste. Oh, super, super. Ich wünsche dir einen wundervollen Geburtstag, mein lieber Bäckchen. Wir haben hier ein sorgfältiges ausgewähltes Präsent für dich. Ich bin mir sicher, es würde gefallen. Dies soll ein Tag werden, den du niemals vergisst. Oh, danke schön, Misuzu. Warte nur, bis du es ausgepackt hast. Hoffentlich ist es etwas, das jetzt so sagt. Oh, wie konnte ich das vergessen? Wir haben noch ein weiteres Präsent für dich. Ich werde alles vorbereiten. Warte, du einfach hier. Oh, Misuzu sagt noch was. Eine Piñata. Für mich. Für mich eine Piñata. Cool. Und das Wunderbarste daran, diese Piñata beherbergt. Ein Geschenk für dich, Nimue. Ich werde dir einen Stock geben, mit dem du das Gebilde bearbeiten solltest. Und zwar mit roher Gewalt. Frag mich gerade, gab es das auch schon letztes Jahr? Fühle dich nicht zur Eile genötigt, Bäckchen. Ich laufe nicht weg. Wenn du bereit bist, sag es mir. Okay, ich bin bereit. Achso, ich müsste es dir sagen, oder was? Stimmt. Aha, du möchtest es also loslegen. Da bin ich aber äußerst personäßig. Okay, mach ich. Okay, Leute. Die Piñata mag zwar nicht sonderlich robust aussehen, doch der Schein tügt. Sie zu streichen hilft nicht. Du musst oft und hart zuschlagen. Wenn ich losrufe, drücke schnell hintereinander immer wieder. Gut. Volle Konzentration, wenn ich bitten darf. Und los! Ich kann meine Kamera nicht drehen, Leute. Es tut mir leid. Ich würde das lieber sehen. Oder? Nee, ich kann mich auch nicht bewegen. Alter, wie oft muss ich denn da noch schlagen? Endlich. Oh ja, die Sabinata hast du erst gezeigt. Ich muss schon sagen, du legst ein Talent dafür an den Tag. Ich hoffe, die Geburtstagskupcakes treffen deinen Geschmack. Oh, das ist auch nett, wie es so ist. Nun zu. Nicht so schüchtern. Nimm deinen Geburtstagskupcake. Rück an dich. Oh, ab in die Tasche. Wir haben etliche gebacken. Wir haben etliche gebacken. Aber ich will mal mit Edo gehen. Ich vergesse viel, aber deinen Geburtstag kann ich mir gerade noch merken. Du hast wirklich Glück, dass du am gleichen Tag wie ich geboren bist. Ja, ich weiß. Und deswegen? Ach ja, stimmt. Wir müssen auch das Geschenk auspacken. Was haben wir bekommen? Ein Partypon. Okay. Cool. Äh. Ich habe auch was für Edo. Edo, ich habe was für dich. Nein? Okay, dann erstmal nicht. Schau mal, also was hältst du von der Geburtstagsdekostiva, oder? Wenn es meine Party wäre, würde ich natürlich einige Änderungen vornehmen. Unbedingt mehr Karos. Ja, ich weiß, dass du Karos liebst. Aber danke schön, Misusu. Du bist bei der heutigen Feier der Ehrengastbäckchen. Genieße deine Zeit im Rampenlicht. Du siehst wahrlich umwerfend aus Freude steht jedem gut. Ja, ich muss euch verlassen, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, Leute, Leute. Letztes Jahr konnte ich ja auch nichts wirklich mit meinem Freund machen. Wir haben dann online gespielt. Äh. Was haben wir damals gespielt? Ich glaube, Scribble. Scribble und wir haben einen Escape-Bogen gemacht. Das haben wir letztes Jahr auf meinem Geburtstag gemacht. Dieses Jahr weiß ich noch von nichts. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwas machen. Äh. Oh, meine Mutter hat mir auch was geschickt. Wollen wir mal reingucken. Was wir hier haben. Kuchen. Ah, ein Kuchen. Okay. Schauen wir uns mal in den Party-Bohnen an. Ich glaube, der sieht aus wie der alte, wie der andere. Ja. Allgemein fand ich das ja für mich persönlich schön. Ich weiß, es hört sich vielleicht richtig kacke an, wenn man das so sagt. Oh, nicer Boden. Aber für mich persönlich war es schön. Dschungelcamp war dieses Jahr nicht schön. Das auf jeden Fall. Aber der Hogwarts-Trailer. Mega geil. Ich habe jetzt endlich einen Rechner. Äh. Ich kann mich eigentlich dieses Jahr, also das letzte Jahr, ne, von heute bis heute, ich kann mich null beschweren. Mir geht es so gut. Wieso ist Kakel da? Heute ist Mittwoch. Hä? Hä? Kommt der jetzt mittwochs oder was? Wie bist du hier? Siehst du mir ein Geburtstagslied? Ja, gern. Gut, dann schnapp dir mal einen Stuhl. Okay. Wieso ist Kakel hier? Ah, ein Geburtstagständchen. Ich bin gespannt. Wohin ist immer lustig, dass man aufsteht. Ich mach mal lauter. Oh mein, ich sollte mir das in den Kalender schreiben, damit ich nicht durcheinander komme. Der Viktor mit dem Plan, Moritz ist mein Star. Ich bin so aufgeregt, es wegen deinen Geburtstag zu feiern. Dass es mir vorkommt, als wäre es meiner. Aber keine Sorge, ich erwarte von dir keine Geschenke, es ging zu schnell. Mir wurde zugetragen, dass sich heute der Tag ihrer Geburt ist. War nicht ein Anlass zum Feiern. Möge ihnen der Tag eben so viel Freude bescheren, wie sie sie so oft anderen bringen. Danke, Eugen. Danke, Eugen. Aber das gab es doch letztes Jahr nicht. Ich finde das irgendwie richtig cool. Ich bin richtig überraschend. Moritz, du hast also ein weiteres Mal den Rundflug um die Sonne geschafft. Glücklich. Glücklicherweise. Ich mach mal wieder leiser. Die lokale Zeit steht auf Feiern, aber bitte nicht völlig abschnallen. Over und Udo. Sind das die zwei Vögel? Ich glaub schon. Dodo Airlines, mein ich. Würde passen zu mir. Voll cool. Dass Thomas mir was geschrieben hat. Sonst niemand? Was? Was ist mit Melinda? Oh mein Gott. Melinda hat mir nichts geschrieben. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Danke, es war schön. Alles Gute zum Geburtstag, Herzchen. Fühl dich geknoddert, Moritz. Und beim Thema fühlen. Fühl mal deine Tasche. Da findest du ein feines Geschenk von mir. Oh, und das war's für diesmal. Danke euch. Oh, ich bekomme... Ich hab ein Geschenk von KK bekommen. Nee. Ach, das Geburtstag sieht. Okay. Ja, nice, Leute. Das ist... Ich hab damit null gerechnet. Wirklich. Also, letztes Jahr gab's das doch nicht, oder? Ich glaub nicht. Hallo. Guck mal. Die wollen mir einfach nicht gratulieren. Was ist das denn? Egal. Ich guck mal hier, ob's hier irgendwas gibt. Äh... Nock Shopping. Äh... Äh... Hier... Hinten? Nee. Okay. Ah, die Sachen gibt's immer noch. Ich hab gesehen, irgendjemand hatte so ein Stern-Outfit, aber... Ich hab das hier nicht. Meine ich zumindest. Nee, hab ich nicht. Ich hab nur den Stern. Na gut. Bevor... Ich weiß nicht, wie lange die Sachen jetzt hier noch drin sind. bleiben, deswegen... Denk ich mir, kauf ich mir hier nochmal ein bisschen was. Ist, glaub ich, ganz vernünftig. Ja. So, zack. Haben wir schnell gemacht, Leute. Ja. Na, allgemein. Mein Jahr war wunderschön. Auch wenn's Corona gab. Es schneit heute. Ist auch wunderschön. Ne? Noch ein Top. Es war nicht allzu heiß dieses Jahr. Beziehungsweise, ne, ich spreche jetzt also vom letzten siebten vierten bis zum heutigen siebten vierten. Ne? Es gab, glaub ich, nicht so die heißen Tage, was ich echt sehr schön fand. Mh... 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 Für mich war das... Mh... Ja, toll. Mh... Na, also... Ich kann mich wirklich null beschweren. Außer serientechnisch. Obwohl Star Wars und Shown Wars ging weiter. War auch mega geil. Demi Novato hat, äh... ihre Dokumentation... gemacht. Fand ich auch mega cool. Äh... The Witcher kommt auf jeden Fall nur dieses Jahr. Ich kann mich null beschweren. Mir geht's so gut, Leute. Mir geht's wirklich gut. Und ich bin eigentlich auch momentan sehr happy. Sehr, sehr happy. Ja. Ich denke... Ich geh jetzt gleich schlafen. Das hab ich mir auch verdient. Und wir sehen uns dann. Denke ich. Äh... Zu Animal Crossing am Samstag wieder. Und... Oh, das... Das ein... Also, was ich mir jetzt noch wünschen würde. Äh... Die E3 fängt ja bald an. Beziehungsweise im Juni. Äh... Und... Und Warner Bros. ist auch dabei. Vielleicht... Mit etwas Glück... Sehen wir nur einen Trailer zu Harry Potter. Finde ich ja mega nice. Mega nice. Das wäre ja acht Monate her, als wir den Trailer bekamen, oder? So, um den Dreh, glaube ich. Das wäre echt cool. Nintendo ist auch wieder dabei. Von Pokémon werden wir da aber nichts sehen. Pokémon Snap kommt diesen Monat. Freue ich mir auch mega drauf. Tina und Sina, ihr habt wieder nur Müll. Ähm... Ja... Sonst... Ich wollte noch irgendwas sagen, ne? Aber ich weiß nicht mal was. Achso, was ich mir wünschen würde, dass... Neue DetektivCon-Folgen kommen. Auf Deutsch. Finde ich mega cool. Äh... Halt den Hogwarts Legacy Trailer. Und... Ja... Ne Switch Pro. Hahaha. Hahaha. Die würde ich mir auch wünschen. Ja. Oder ein Nachgänger von... Ihr die vollen Order. Das fände ich auch mega cool. Okay, Leute. Das war's aber. Ähm... Ich wünsche euch... Ein weiteres schönes Jahr. Mein Alter werde ich nicht verraten. Außer, dass ich über 20 bin. Mehr werdet ihr niemals von mir erfahren. Und wenn ihr von anderen Leuten... Das Alter hört. Dann könnte es natürlich... Die Wahrheit sein. Aber meistens ist es gelogen. Weil nicht viele wissen, wie alt ich bin, ne? Okay, Leute. Ne? Dann mache ich hier noch eine coole Emotion. Oder ich esse eine Cupcake. Ich esse eine Cupcake. Essen. Wah-wah-wah-wah-wah-wah.